Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video und ich will auch nicht lange labern, fangen wir direkt an. Viel Spaß. Take me to another useless web. Das ist mal eine echt interessante Website, die halt eine Seite, die zu anderen Webseiten leitet, die jetzt nicht sehr praktisch sind. Aber mal gucken, was... Ey... Was so kommt... Das war's auch. Oh mein Gott, sind das viele Corndogs. Okay, wir versuchen zu zählen. Nee, das ist unmöglich. Die verschwinden ja wieder und erscheinen wieder. Also wer das zählen kann, mein größtes Respekt. Mein größter Respekt. Long Dodge Challenge. Your dog... Dodge is wow long. You have collect five wows. Wow? So, muss man einfach runter scrollen. Ist ja perfekt bei meiner Maus. Man kann... Ist das hier unendlich? Oh, äh... Ist das hier unendlich? Also wie weit geht das? Ich versuch das mal. Wir sind auf dem Weg zu den 5000. Scroll ich mal normal. 5000! 5000! Woo! What the fuck? Das hat man glaube ich jetzt doppelt gehört durch mein... Äh... Äh... B-B-B-B-Ehm... Headset. Mein Gott. Wie... Also... Wie kommt man da rauf? Wie... Äh... Hm. Hm. Ich hab mein Mikrofon leiser gemacht. Ich bin auch sehr intelligent. Aber wie kommt man darauf das zu machen, ey? Tut ja einfach nur weh. Checkbox Olympics. What the... Ich muss jetzt die Boxen alle anklicken. So schnell wie möglich. Hallo? Zack, 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 zack. Oh, jetzt... Äh... Gerade hatte ich einen kurzen... Rekord. So, ja, 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 ja. 30 Sekunden bin ich nicht zufrieden mit. Kann man irgendwie... Resetten. Wow. Mordrian... Mordriana... Mord... Mord... Ich bin so blöd zum Lesen. Mordrian... Mordrian and me. Doch. Äh... Oh. Oh, das ist so ne Seite. Oiii. Oiii. Da kann ich Stunden verbringen. Warte mal. Läumen wir mal. Stragoring... Stragoring... Stragoringbeauty.com B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ich bekomme gleich einen Anfall. Nein. Okay. Cursoreffects.com Oh, das ist cool. Ich kann die Maus aus dem Bild nehmen. Dann wieder in Brows reinführen. Und ich... Äh... Den Tab berühren. Und dann... Ach du... Oh nein. Hier, das war auch ganz cool. Hup. Wah. Da ist meine Maus. Seht ihr sie? Nö. Damit kann ich auch wieder so vieles anstellen. Oder so ewig. Oh, 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 oh. Ups. Ja. Äh, so weiter geht's. Und... Wieder so ein Rennen. Oh, so. Oh, 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 oh. Ja. Boah. Das ist eklig. Das ist... Nee, das ist... Das ist mir zu eklig. Dieses Hoch- und Runterwischen. Dieses plötzlich hier. Oh, oh. Queercode. Warte, ich mach mein Handy. Bildschirmaufnahme und... Scann den ein. Und scann ich ein. Okay. Fluttering. Interessant. Das heißt also... Der QR-Code führt zu dieser Seite, wo der QR-Code ist. DrawingGarden. Das ist auch das Ausrufezeichen. Can't not tweet this. Alas. Jumme. Leute. Hä, was hat das mit dem Koala zu tun? Oh, ach so. Oh, so ein Ding ist das. Das zerlegt sich. Und dann irgendwann ist das so ein Bild. Das kann noch ein bisschen dauern. Gedämmel. Ja. Das ist... Das ist auch ein... Erste. Okay. Die Learning. Und dann habe ich noch ein... Erste. Erste. Ok, das ist auch ein gutes Bild zum Abschluss, denn das war es mit dem Video und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!